Ah, okay, da sind sie. 98, 98. Letzte Minute der Overtime. Beim aktuellen Stand gehen wir in eine zweite Verlängerung. Ekpeyudo. Paiola bekommt den Ball dahinter zu Bellinelli, aber auch der ist wieder geblockt von Perry. Der da von hinten irgendwo aus dem Nichts angeflogen kommt. Floyds offensiv kann den Ball nicht festhalten. Perry kommt von hinten, sind gerade noch so. Also das war schon sehr nah am Goalsending. Aber sehr schwer. Oh, Peppa. Viel Ge emo.